In Ratingen begrüße ich sehr herzlich den CDU-Transatlantik-Koordinator Peter Bayer. Herr Bayer, es war ja eine recht kurze Rede, die Donald Trump gestern gehalten hat. Neun Minuten ungefähr haben die ausgereicht, um eine nationale Krise heraufzubeschwören. Oder anders gefragt hat Donald Trump nach dieser Rede mehr Befürworter für den Mauerbau gewinnen können. Was meinen Sie? Ja, die Frage nach dem Sieger, vielleicht nach dieser Ansprache an den Nationen und was ist dadurch gewonnen, ist wirklich schwierig zu beantworten. Man konnte, wenn man sich das angeschaut und angehört hatte, den Eindruck gewinnen, dass Donald Trump bei seiner ersten Rede, die er aus dem Oval Office gehalten hatte zur Nation, dass er etwas abgerüstet hat. Also, die Erwartungen waren ja vorher doch hoch gewesen, nach allem, was man hörte, dass er den nationalen Notstand ausrufen würde. Das ist nicht gestehen. Und spannend war auch zu beobachten, dass er doch einen Schwerpunkt gelegt hat auf die humanitäre Krise, die er dort sieht, an der Südgrenze der Vereinigten Staaten nach Mexiko hin. Das könnte ein Fingerzeig sein, dass er ja den Weg bereitet für eine, für beide Seiten, also die Spitzen des Kongresses, als auch das Weiße Haus gesichtswahrende Lösung. Das bleibt abzuwarten. Interessant, dass für den heutigen Tag das Weiße Haus der Präsident wieder die Spitzen des Kongresses eingeladen hat zu einem weiteren Gespräch. Und der Kongress zeigt sich gesprächsbereit. Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet und darauf zielt auch eigentlich meine nächste Frage ab, nämlich die Frage, will Trump diese Mauer denn überhaupt tatsächlich bauen oder war sie vielmehr eine Art Symbol im Wahlkampf? Wenn die Demokraten ihm jetzt, ich sag mal, Knüppel zwischen die Beine werfen, ist es dann nicht vorstellbar, dass ihm das am Ende vielleicht sogar gelegen kommt, weil er dann sagen kann, die Demokraten haben mich behindert, aber ich will den Shutdown jetzt endlich beenden und deswegen verzichte ich. Ist das vorstellbar? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre eine Illusion zu glauben, dass Donald Trump auf eine seiner Kernwahlversprechen, die er auch immer wieder auch nach seiner Inauguration, seitdem er im Amt des Alspräsidenten der USA wiederholt hat, verzichten wird. Das glaube ich nicht. Er möchte eine Grenzsicherung haben. Er hat ja jetzt auch schon gesagt, es muss ja nicht aus Beton sein, es kann aus Stahl und Draht und so weiter sein. Und er sagte auch, diese Mauer ist ein, wenn auch zentrales Element der Grenzsicherung, neben Technologie, medizinischer Versorgung und Personal. Also er scheint da ein wenig verbal abgerüstet zu haben, aber von dem Standpunkt her, dass er eine Grenzsicherung, eine Mauer, ein Zaun, was auch immer da will, davon rückt er nicht ab. Da bin ich fest von überzeugt. Und so sind die Fronten nach wie vor verhärtet. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Gespräche auch heute im Weißen Haus weitergehen können. Sollte es dazu kommen, dass der Shutdown noch anhält, ist das etwas, wir sind glaube ich heute am 18. oder 19. Tag, diese Haushaltssperre, das Blame Game, diese Schuldzuweisung geht weiter. Aber eine Möglichkeit besteht ja noch. Sollte Donald Trump tatsächlich dann doch irgendwann ein Haushaltsgesetz unterzeichnen, könnte er, wenn er dann tatsächlich den Notstand ausrufen, das ist immer noch nicht ganz vom Tisch, aber durch eine Umwidmung der Gelder aus anderen Haushalten doch noch dazu kommen, sich das Geld einfach selbst zu holen für den Mauerbau. Das Blame Game, wie Sie sagen, geht weiter. Wem werden denn die Wähler die Schuld an dem Shutdown geben? Trump oder den Demokraten oder präziser gesagt, wen machen die Wechselwähler in der Mitte der Gesellschaft verantwortlich für die Blockade? Weil um die wird es ja hauptsächlich gehen mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in ungefähr 22 Monaten. Ja, wenn man das Agieren, nicht nur die Rhetorik, sondern auch wirklich das Handeln des Präsidenten verfolgt, dann sieht man, er will seine Klientel, seine Wähler bedienen. Das ist das Einzige letztlich, wenn ich das richtig sehe, was ihn interessiert. Den interessiert auch wenig so sehr seine eigene republikanische Partei, die das auch alles nicht unbedingt gut finden mit der Mauer, die er dort vorschlägt und unbedingt bauen will. Vor der Rede, zugegebenermaßen, gab es mehrere Umfragen von Meinungsforschungsinstituten und da kam raus, dass über die Hälfte, nämlich 51 Prozent der Amerikaner, also quer durch alle Gesellschaftsschichten hinweg und über die Partei ganz im Gesetz, 51 Prozent der Amerikaner nicht einverstanden sind mit der fast starrsinnigen Haltung des Präsidenten. Nur 32 Prozent gaben die Schuld den Demokraten. Der Rest, der in 100 fehlt, war jetzt unentschlossen. Also über die gesamte breite gesellschaftliche Schicht hinweg in Amerika, sagen Amerikaner, das gefällt uns nicht, was der Präsident macht, wir geben ihm die Schuld. Aber wie gesagt, seine Klientel scheint hoch zufrieden, er bedient sie. Noch eine Frage zu dem bevorstehenden Truppenabzug der US-Truppen aus Syrien. Wie wird sich die Bundesregierung da positionieren in der Allianz der übrig gebliebenen? Ist es denkbar, dass sich Deutschland vielleicht auch militärisch stärker engagiert? Bislang engagiert sich Deutschland ja eher beim zivilen Wiederaufbau. Ja, das wird auch in Zukunft ein Schwerpunkt Deutschlands bleiben. Schauen Sie, noch sind nach allem, was wir wissen, die amerikanischen Soldaten ungefähr 2000 an der Zahl im Land und bekämpfen auch nach wie vor den sogenannten islamischen Staat. Wir sehen ja, dass sowohl der Außenminister als auch der Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten jetzt doch rhetorisch insofern ganz klar sagen, solange der IS nicht wirklich vollständig und restlos bekämpft ist, gehen wir als Amerikaner nicht raus. Wir bekämpfen nach wie vor den IS. Und wann das sein wird, also sind keine Frage von Tagen oder Wochen. Es wird sicherlich noch einige Monate mindestens dauern, bis die amerikanischen Truppen abziehen werden. Das deutsche Engagement wird, so die Planungen jetzt, bei der zivilen Unterstützung, bei dem humanitären und zivilen Wiederaufbau bleiben. Und ich glaube, das sind auch die Stärken, die wir Deutschen haben. Und dafür werden auch respektiert und geschätzt. Und diese Stärken werden wir auch in Zukunft weiter forcieren. Ich sage herzlichen Dank, Peter Bayer, für dieses Gespräch.